So Freunde, wie es aussieht, bestätigt sich das, was Asche bei Deutschrap Ideal angedeutet hatte. Und zwar, dass BBM langsam auseinanderbricht. Denn heute wurde verkündet, dass Juri BBM verlassen wird und seinen eigenen Weg geht. Aber seht selbst. Juri postete heute folgendes auf Instagram. Juri geht ab heute seinen eigenen Weg. Und San Diego hat das Ganze repostet. Viel Erfolg, mein Brr. Herr und Herz. Ja Freunde, was soll man dazu sagen? Also gefühlt alles, was im Moment im Deutschrap passiert, fühlt sich einfach falsch an. Und das ist echt schade, dass es wirklich so aussieht, als ob BBM jetzt langsam auseinanderbricht. Wenn man jetzt mal überlegt, dass Juri Fest das Stammspieler der BBM-Truppe gewesen ist, dann bleiben nur noch Sani und Sensa. Und ich wette, Sensa wird in den nächsten Tagen auch verabschiedet. Und dann bleibt nur noch Sani. Und ich hoffe wirklich, dass da überhaupt noch Musik kommt. Und der hat sich in letzter Zeit sehr, sehr viel Zeit gelassen. Das wissen wir alle. Aber das wäre jetzt einfach mega sad, wenn das Ding jetzt aufgelöst wird. Ohne Erklärung und tschüss. So. Natürlich gibt es jetzt noch das Gerücht, dass Sani eventuell das geheime Feature von Bushido sein könnte. Weil Mois und Bushido eventuell nice or scheiß zusammen machen. Aber ist das sein letzter Weg? Ist das sein letztes Feature? Oder wie sieht die Konstellation jetzt aus? Freunde, ich bin mal gespannt, was eure Gedankengänge dazu sind. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und Freunde, niemals vergessen, es ist Juri. Und ich bin da, wie weit ich bin. Zur TD ist im Nu.